800 Watt Vertikal-Windkraftanlagen 24 Volt 48 Volt Windgenerator Windturbine Komplettanlage Spezifikationen Nennleistung 800 Watt Nennspannung 12,24 48 V Klingenlänge 100 cm oberes Nettogewicht 24 kg Windraddurchmesser 0,7 m bewertete Windgeschwindigkeit 13 m pro Sekunde Startwindgeschwindigkeit 1,3 m pro Sekunde Überlebenswindgeschwindigkeit 40 m pro Sekunde Generator 3 Phasen Permanent Magnet Synchron Generator Lebensdauer Mehr als 20 Jahre Klingenmaterial Aluminiumlegierung Permanent Magnetmaterial Seltene Erden-and-Fab-Kontrollsystem Elektromagnetschmierung Schmierfett Arbeitstemperatur 40 bis 80 in der Verpackung enthalten Eine X-Windkraftanlage 3X Klingen 1X Laderegler 1X Bedienungsanleitung Inklusive Montagezubehör Der Mast ist nicht im Lieferumfang enthalten Wir können Ihnen die Flanschgröhe mitteilen Sie können den Mast entsprechend dieser Gröhe selbst anfertigen Preis etwa 639,99 Euro 1X ダディング 1X 2X 3X 570 4X 11 12 11 13 11 13 14 11 16 15 14 14 11 Vielen Dank.